Ich höre. Du bist nicht die Königin der Klingen. Du bist eine schwache und erbärmliche terranische Kreatur. Verlass Char, solange du noch kannst. Diese Eier und der Schwarm gehören mir. Zagara hat die Aufmerksamkeit einiger verwilderter Berstlinge auf sich gezogen. Sie greifen sie an. Zagara hat sich durch einen tiefen Tunnel wieder in ihre Basis begeben, um Kräfte zu sammeln. Sie wird wiederkehren. Mit. Los jetzt. Berstling sehr nützlich. Metamorphose von Zerkling. Jeder Zerkling kann zu Berstling morfen. Ich kann die ungeschöpften Eier spüren. Jetzt muss ich sie nur noch vor Zagara erreichen. Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. Lasst uns das Bild ausbringen. Wir haben nicht viel Zeit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. An diesem Nest ist irgendetwas anders. Die Eier in diesem Berstling-Nest können sofort schlüpfen. Du kannst mich tausendmal bezwingen. Ich werde immer wiederkehren. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Was jetzt? Diese Welt gehört mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. Du hast meine Aufmerksamkeit. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Los jetzt. Weiter vorrücken. Ungültiger Befehl. Raus damit. Achtung. Eine Welle Zaglinge nähert sich unserem Schwarmcluster. Raus damit. Der Schwarm ist hungrig. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben mehrere verseuchte terranische Gebäude in der Nähe gefunden. Sie scheinen die verwilderten Zarg anzulocken. Ich werde sie vernichten. Ich werde sie vernichten, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wir brauchen mehr Overlords. Der Schwarm ist hungrig. Los jetzt. Es sind noch mehr Eier in der Nähe. Glaub bloß nicht, dass dich der Fund dieser erbärmlichen Berstlingeier retten wird. Ungültiger Befehl. Ungültiger Befehl. Der Schwarm ist hungrig. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Diese Welt gehört mir. Lass uns das hinter uns bringen. Das wird mich nicht aufhalten. Ich höre. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. Abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zerr. 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 Ich schade. Zerr. 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 Diese Welt gehört mir. Der Schwarm schläft nie. Die erste Hälfte hätten wir. Lasst uns das hinter uns bringen. Ich höre. Ich spüre noch mehr Eier. Dort. Los jetzt. Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Es endet hier. Komm, kämpf mit mir. Ich bin zurückgekehrt. Und jetzt wirst du bösen. Was jetzt? Wir haben ein verseuchtes, terranisches Gebäude vernichtet. Bleibt noch eines. Hört mir. Raus damit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich höre. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Ja. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Mutation. Genug. Während du die Eier gestohlen hast, habe ich Truppen aufgestellt. Ich werde dir zeigen, wie die zerkämpfen. Das müssen wir auf Griecher platzieren. Achtung. Ein riesiger Schwarm Zerklinge bewegt sich auf unseren Schwarmcluster zu. Wir sollten uns mit allen verfügbaren Kräften verteidigen. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir haben das letzte verseuchte terranische Gebäude vernichtet. Ja. Lasst uns das hinter uns bringen. Nur noch ein paar mehr. Wir haben nicht viel Zeit. Brutmutter Zagara hat ein Viertel der benötigten Eier eingesammelt. Lasst uns das hinter uns bringen. Ich habe genug Eier. Abatur, rege den Schlüpfteich an. Sorge dafür, dass meine Eier schlüpfen. Einfach. Katalytische Lösung, schnelleres Heranreifen. Armee augenblicklich Wahrheit. Und jetzt wird Zagara es bereuen, sich mit mir angelegt zu haben. Wir brauchen mehr Overlord. Ich quatsche hier die ganze Zeit. Dabei habe ich schon die Mission. Ja. Weiter vorrufen. Ich quatsche hier die ganze Zeit und dabei war mein Mikrofon auf Mute. Ärgerlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Bäm. Das hört witzig. Oh, sie ist auch da. Ich höre. Du hast meine Aufmerksamkeit. Bäm. Da weg ist er. Was soll es hier machen? Wie kannst du so viele kontrollieren? Tja, ich bin die Königin. Das ist krass. Der Schwarm schlägt nie. Was muss man schon machen? So stören sie Zagaros Basis. Achso. Ja. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Ich höre. Weiter vorrufen. Was gibt's da alle Gebäude? Tötet sie. Ich habe nur getan, was du mir befohlen hast, meine Königin. Halt. Ich habe dir befohlen, gegen mich zu rebellieren? Du hast all deinen Brutmüttern befohlen, stark zu sein, zu kämpfen, zu erobern. Du sagtest, die Zerg führen durch Willensstärke. Dein Wille ist der Stärkste. Und ich werde dir dienen. Du darfst leben, Zagara. Ich will den Schwarm zu alter Stärke führen. Und du wirst mir dabei helfen. Du bist meine Königin. Da hat sie sich aber doch nochmal Erbarmen zeigen lassen. Gefundene Berstlingnester. Ja, da fehlen noch zwei. Alle sechs Berstlingnester zum Schlüpfen. Toll, die hätte ich machen sollen. Vernichten sie... Ne, verhindern sie in Vorherrschaft auf dem Schwierigkeitsgottomal, dass Zergara ein Ei sammelt. Das ist ja heftig. Naja, wenigstens habe ich die sieben Machtpunkte erhalten. Ein Ei. Das ist ja mies. Vor allem weil bei ihrer Basis sie auch gleich welche waren.